Aaaaaaaaaaah Yo Youtuber Alter was geht ab Junge? Wir sind back! Heute spielen wir Little Nightmares Alter In dem Spiel geht es darum, dass wir eine kleine Person sind und wir sind irgendwie auf einem Schiff oder sowas gefangen Was weiß ich und ich werde von irgendwelchen Monstern verfolgt, die mich essen wollen und ich versuche halt einfach zu entkommen Das ist gut das Spiel zusammengefasst Lass gerne liebe da auf meinen Socials ich bin jeden Tag auf Twitch um 18 Uhr live Lass auch gerne Liebe da und jetzt viel Spaß mit unserem allzeit beliebten Youtube Intro und dann rein in die Olga Lass Komendar und Like da alles drum Peace Oh, wie cool! Oh, ich habe ein Feuerzeug. Ich kann Sachen aufheben. Wie cool ist das? Ich seh nix Die Kuh läuft der Scheiße, wieso Wieso gibt's hier keine Erklärung Für die Steuerung Ah hier Cool Kann ich auch irgendwie sprinten Ja man Das Viereck Boah, wie cool sieht das aus Kann ich hier was aufmachen oder so Da hinten ist jemand Hey, das war die Frau von eben Vielleicht brauche ich die Kann ich das hier aufmachen Ich nehme die mal mit Vielleicht brauche ich die Wie ducke ich mich nochmal Wieso süß ist das? Kann ich da hoch? Oh ja Okay Oh, da hat sich jemand erhängt Land Ach du Kacke Ich brauche den Stuhl, glaube ich Ich habe die Züste Das ist hier Ops ist hier hoch könnte ich da theoretisch habe ich die kann man aufmachen glaube ich Gott da sind Schuhe drin wie cool ist das Spiel, sowas wäre cool mit Zillen ja schon eigentlich wer ist er denn hilft er mir jetzt wie cool er ist jetzt mein Bra ja dann muss ich vielleicht wieder zurück gehen komm mit wir gehen wieder kommt er mit da kommt er gar nicht mit also kommst du nicht mit Bra wo muss ich denn hin kommt er hier hoch nein ich glaube ich muss echt zurück vielleicht kommt er doch mit wenn ich laufe ich dachte mir schon ich muss vielleicht hier nach oben machen wir die scheiß Kühlschranktür wieder zu ach vielleicht kann man den Kühlschrank hochklettern stimmt ah so schlau aber was mit meinem Bra kommt er nicht mit kommt mein Bra nicht mit mir oh Gott was ist da oben oh Gott was ist das oh kann ich da dran drehen vielleicht ich habe was ist das was ist das ist das ich habe das ich habe aber es ist ich habe die ich habe du Oh Gott, die haben mich in den Hubs gesteckt. Oh. Oh. Habe ich mir tatsächlich schon was gedacht. Aber hier geht es ja gar nicht weiter. Ich kann mich auch nicht mehr hoch. Spoilert mich nicht, spoilert mich nicht. Irgendwer hat mich gespoilert. Habe es gelesen im Chat. Da ist wieder ein kleiner Husser. Oh Gott. Oh Gott, hier sind überall Gizzer. Okay, alles gut. Ich bin wieder back im Game. Ein kleiner Husser. Lepiej, brate. Wo ist denn? Kommandor, überdschung? Nein. Was sind denn so Geräusche? Oh, Licht. Oh Gott, mit Timing. Schnell. I made it. I made it. Ein kleiner Husser. Komm mal, gibt es hier oben was? Nein. Was war das denn, was war das denn für eine? Was war das denn für ein High One? Ich habe so krank meine Hand angehauen. Oh, Larissa, du dumme... Ja, darfst du 47. Digga, Larissa, du hast gerade meine Ehre genommen. Ich habe mich gerade behindert erschrocken. Oh, ich habe so meine Hand gerade angehauen. Fuck. Ich muss hier irgendwie Sachen aufbekommen. Oder hier hoch. Oder kann ich durch das Gitter durchlaufen? Da ist mein erster Tod, Chat. Das ist mein erster Tod. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wartet, gib mir eine Sekunde. Ich wusste nicht, dass ich da sterbe. Das war mir ein Geheimnis. Boah, Digga, ich habe mich so angehauen gerade. Larissa, ich hasse dich gerade. Deathcounter 1. Ernst, Digga. Wartet. So, wir gehen rein. Wartet, wartet. So, jetzt. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Okay. So, okay, okay, okay. Mal schauen, wie läuft das denn hier jetzt ab? Vielleicht muss ich diese Ratte da irgendwie hier was holen oder so. Okay, diese Teile kann man dann... Wieso ist meine Maus hier im Weg? Warte mal. Vielleicht kann ich dieses Klopapier stapeln. Aha. Kann ich das hier rausnehmen vielleicht? Benutze R, um umzuschauen. Aha, hinter der Tür. Warte mal, mach mal die Tür zu. Ah, ich dachte eigentlich zuerst da hochklettern, aber ja. Kletter doch drauf, du wusstest. Hä, als ob ich nicht rankomme. Oh, das ist mein Timing. No. Lauf, 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 lauf. Okay. Kann ich hier hochklettern? Theoretisch kann ich hier rein, aber das macht gar keinen Sinn. Dann komme ich ja bloß im anderen Zimmer wieder raus. Macht das Sinn? Vielleicht brauche ich aber was aus dem anderen Zimmer. Hier ist wieder Strom. Ah, vielleicht wenn ich den Stromdings wieder anmache, geht der hier aber aus. Das könnte sein. Hm, das war jetzt dumm gerade. Ne, das hat ja einen Timer. Das schaffe ich ja wahrscheinlich nicht so. Oder? Ach doch? Alter, wie lange ging das? What the fuck? Na gut. Alter, da hast du ein Auge. Oh mein Gott, man wird zu Stein, wenn man in diesem Auge ist. Hä, lauf. Nein! Ah, ich hab's doch geschafft. Okay. Gleich muss ich rennen. Jetzt. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Oh. Gott. Digga, das Spiel ist so cool. Ich muss irgendwie da hochkommen. Ah, vielleicht kann ich da hochklettern über diese Gitter hier. Ja. Boah, wie cool. Vielleicht ist hier so ein AD drin. Kann ich das aufmachen? Das geht nicht auf. Vielleicht kann ich an diesen Seilen so schwingen oder sowas. Hier ist so eine Figur. Frag mich, wofür diese Figuren nützlich sind. Ach, man muss die kaputt machen. Ich hab den zweiten Teil jetzt nicht runtergeladen. Oh nein, hier ist Giz. Was bringt das jetzt hier? War das jetzt nur für die Figur, oder? Das bringt mir aber gar nichts, hier drauf zu sein. Oder muss ich das abfackeln? Oder muss ich das? Kidioooooooor. Ach, die Tür hier ist offen. Das wusste ich nicht. Deathcounter ist jetzt auf 2. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, der Ball. Ich weiß nicht, wo ich langlaufen soll. Wo soll ich hin? Warte, hier hochklettern. Okay. Bitte brich nicht ein. Okay. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Ich muss kacken. Scheiße, ich muss kacken. Ernstiger. Immer wenn sowas ist, wo man so hinterher rennen muss, dann krieg ich auch so viele Herzrasen. Was geht alle auf TikTok? Was geht, was geht, was geht? Teilt gerne den Live-Lass-Liebe-Danke für die Sachen, die ihr geschickt habt. Küst eure Herzen. Wer ist der Junge da? Oh, ich muss richtig kacken. Hey Bro, ich hab Hunger. Kannst du mir was geben? Lübe-Danke Bratte, danke Bratte, danke. Is, is. Jetzt geht's mir wieder, Hayat. Danke Bratte für Jemek. Ich hol dich da raus, Bratte. Ich komme zu dir, Bratte. Kannst du aufmachen? Nee. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Würdest du das mit Plasi spielen, würdest du deinen Herzschlag fühlen? Das ist viel intensiver. Ah, du meinst Controller-Vibrationen. Ich spiel doch mit Controller. Okay, hier regnet's. Boah, kann man da rüber? Ich muss wahrscheinlich auch da rüber, ne? Ja, Mann. Okay, wir gehen hier hoch. Jetzt zünden wir kurz an. Ich denke mal, das hier sind Speicherpunkte, ne? Kann ich's aufmachen? Oh, Idiot. Oh mein Gott. Zul! Wie knapp. Okay, okay, wir gehen hoch. Okay, wie schwinge ich... Oh, ah, hochklettern. Naja, macht's Sinn. Ich weiß, Rizze. Wie weit kann man das hochklettern, würde mich jetzt interessieren. Ah, da ist ja gar nix. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Oh Gott, ich bin fast komplett runtergejimpt. Okay, wofür ist die Leiter hier? Krieg ich die nehmen? Krieg ich die aufheben oder so? Aber macht die Leiter hochklettern überhaupt Sinn? Ne. Ich wurde gescammed. Scammer, gescammed. Spider-Man. Hä, klettert er hoch? Hä? Klettert er hoch? What the fuck? Was ist das hier? Ich bin zu schwach. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Okay, jetzt den Hebel betätigen und dann rennen. Ich bin zu schwach. klettern müssen merke ich gerade ich hätte das seil noch mal hochklettern müssen und dann springen macht sinn macht definitiv sinn eine frechheit ich habe doch das eine da angezündet warum muss ich hierhin zurücklaufen das heißt jetzt sind wir deathcounter bei drei jahre schau hier das habe ich doch angezündet warum es war ich nicht hier unfair ok und wieder hoch und wieder hoch möchte an deinen haaren ziehen crazy freundin ist gerade mein besten freund fremd gegangen aber dinge lockt fick ihren vater ist das horror ja macht spaß behindert sogar ok jetzt noch mal jetzt noch mal diesmal schaffe ich es ok und rein jetzt jetzt das hochklettern und drüber jumpen ich höre irgendwas hier drüben was macht hier so geräusche aha ok wie komme ich hier hoch oh nein es hängt vielleicht muss ich die andere schublade aufmachen wahrscheinlich schon die hängt auch nein die hängt aber nicht nein ich Idiot scheiße was mache ich jetzt ich habe die zu weit rausgeschaut ah warte rüberjumpen ich Idiot okay jetzt ach egal ich sehe nichts oh ich liebe so Rätsel und so das ist so cool das macht voll spaß ernst wo bin ich kann ich hier hinten rum gehen ist wieder was zum anziehen da ist ein bra hab ich mich rette dich auf in die freiheit schau mal das wiederum finde ich jetzt nicht cool jumpscares machen finde ich nicht cool so hey könnt ihr game ändern auf little nightmare ich habe mich geändert oh soll ich mich hier hängen oder was let's go spielt Teil 2 auch äh hat vorne nicht irgendwer gesagt Teil 2 ist S oder so nein hab ich gejumped zweite Teil ist besser da muss ich zweite Teil noch kaufen scheiße jetzt bin ich schon wieder gestorben die andere Gott lass mich in Ruhe okay jetzt müsste ich hier Strom aus sein jetzt müsste ich hier durchlaufen können ich kann ja so sliden wie cool ich muss mit diesem Wagen wahrscheinlich mitlaufen oh Gott lauf, 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 lauf stark okay gut Wala ich habe in den Chat geschaut gerade ich schwöre ich habe in den Chat geschaut ah wie unnötig ich schwöre ich habe in den Chat geschaut ich schwöre ich habe in den Chat geschaut oh ich gehe direkt mit ich schaff's nicht man ich schwöre ich habe in den Chat geschaut oh ich schwöre ich habe in den Chat ah 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 warum bist du so schnell Lauf Okay, jetzt nochmal Ohne runterfallen Oh, ich bin voll Nein Oh nein Geh ich hoch, schnell Ja Boah Die dachten, die haben mich, Digga Ihr wisst es Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt Habibis Wollen gehen wir Gibt es bei den Games auch Jumpscares? Spoilert nicht Ich habe aber keine Ahnung Das Spiel ist echt cool Ja, Mann Und es hat nur 3 Euro gekostet Das ist irgendwie 95% reduziert Der zweite Teil auch, glaube ich Voll geil Deswegen habe ich es geholt Was geht schon, ja Worum geht es hier? Habibi Nein, warum versteckst du dich? Habibi Da geht es weiter Aber wie kommt man denn da hin? Vielleicht von hier oben Kann ich hier dran? Ja, Mann Aber ich kann nicht hochklettern Fuck Kann ich hier vielleicht weiter? Mein Tag war hervorragend Über deine Scheiße Komm hier nicht hoch Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr Außer in dem Schrank Aber irgendwie sah es mir nicht so aus Als könnte ich da lang Es sah mir nicht so danach aus Als könnte ich da lang gehen Du musst reinlaufen Okay, ich will es kurz probieren Ich will nichts verpassen Stark, Scheuer Das freut mich Hilfe, mein Ohrläppchen blutet Ein geheimer Boden Ein Knopf Ich will ihn drücken Zwei kleine Kinder Vertrau, Red Dead Redemption 2 ist geil Was, wie viel Jasmin? Kann ich hier auch rein? Ne Ah, da ist ein Bra Habibi, wo gehst du? Ich komm, ich komm mit Ich komm, ich komm mit Drück mal nochmal Ah, wie? Man kann nochmal drücken Mann, sag dir mir das nicht davor So läuft er wie ein Adi Ich hab keine Ausdauer mehr, ne? Ich drück nochmal Bist du Moslem? Ja Drück Die Arbeiten Das ist irgendein fetter Koch Aha Ein Spiegel Und eine Frau, die singt Ah, jetzt war es das Wie teuer war das Spiel? Das ist gerade reduziert Das kostet nur 3 Euro Okay, wir gehen rein in die Olga Okay Wom geht's hier Ah, habibis Okay Den kann ich verschieben Aha Komme ich da so ran? Ne, ich brauche den Koffer, glaube ich Hey, zieh doch den Koffer Schieben Küsst dein Herz ab, du Küsst dein Gott, wirklich Aha Ein Bett Was, was ist das? Was höre ich da? Kletter, kletter, kletter Irgendwas kommt Da ist ein Schlüssel Ist der Schlüssel überhaupt für hier? Ich weiß nicht Ich nehm den Schlüssel einfach Ich sperr, das Game ist zu geil Es macht echt Spaß Wie siehst du den Würst? Geh auf Okay, okay Oh, eine Figur Aufgeräusche zu machen Wie soll ich jetzt an den Knopf da kommen? Muss irgendwie an den Knopf da hochkommen Moment mal Ist hier irgendwas? Den Affen werfen? Den kann ich doch nicht so hoch werfen Ah doch What the fuck Ich finde es cool Ich nehme dich mit Achso ich brauche dich sogar wieder Ich habe Angst, ich verstecke mich Vielleicht kommt da irgendwas Schlecht Schlecht Hey, nicht spoilern Chat Gibt keine Spoiler Chat Wenn ich Hilfe brauche, ich sage euch Dann sage ich Ich brauche Hilfe Dann könnt ihr spoilern Aber nicht einfach so spoilern Wenn ihr spoilert Dann kriegt ihr Timeout Und Bann Oh, ich habe wieder Hunger Vielleicht kann ich die Ratten essen Oder so Alles gut Oh, hier ist was zum Anbrennen Glauben wir haben das Spiel Das ist eine 10 von 10 so gut gemacht Okay, okay Sieht bisher auch so aus Irgendwer summt hier oder so Da ist Fleisch Aber das ist eine Falle Ich werde safe eingesperrt Wenn ich da jetzt hingehe Oh nein Ich werde geballert jetzt Ich bin in Hubs Was hat der für arme Hier sind auch noch andere in Hubs Ja, lass mich raus Ich bin aufgestimmt Oh, safe Ich kann mich so hin und her wackeln Ja Komm schon Stark, Digga Niemand holt mich in Hubs, Digga Ich bin frei Weg von den Amjas Wir zünden das kurz an Aber da gibt safe noch was Wir gehen nochmal kurz zurück Vielleicht kann ich die safen die anderen Leute, ich rette euch Ich helfe euch, ich helfe euch Komm raus, komm raus Habibi Oh, das geht gar nicht Aber ich kann vielleicht das Ding hier Ziehen Vielleicht kommt ihr dann raus Habibis Okay Kletter drauf Dann geht das Tor auf Okay, vielleicht Vielleicht brauche ich das aber noch nicht Jetzt Warte mal Ah, okay Anscheinend brauche ich es doch jetzt Ich kann ja hier nicht weiter Ich muss ja in die andere Richtung Kann ich hier hochklettern An den Leuten eigentlich Ja, Mann Aber hier ist nichts, ne Hier ist nichts Oder kann ich an diesem großen Rohr hier hoch Okay Okay, okay Wir gehen hier hoch Wir gehen hier hoch Fuck Okay Okay Wir müssen uns beieilen Ich bin gestorben Ich bin einfach gestorben Ich bin gestorben, Mann Ich muss irgendwas da hin tun Damit der Damit das Dings nicht zugeht Glaube ich Das würde so viel Sinn machen Zum Beispiel Diesen Topf oder so Der bewegt sich aber nicht Vielleicht muss ich meinen Den Achi bewege ich schon da hin Komm mal her, Brate Oder vielleicht war ich zu langsam Ah, ich glaube Ich weiß, was ich Ich glaube, ich kann mich Bei dem Seil schwingen Oder nicht Ah, ja Ohne Spoiler Seht ihr So Ah, nein, nein Boah, Digga Ich bin so krass Ich seh nix Okay Hä Ich muss hier hochklettern Ja Stark, stark, stark Ich bin so schlau Kann ich die Kerze anzünden Uh, ja Wie schön Ich hab mich um Wie schön Wo soll ich hin? Der riecht mich nur, der kann nicht sehen Atmig Isch mich nicht, bitte Okay, jetzt frage ich mich Was hat er mich gehört? Hat er mich gerochen oder nicht? Aber nicht Spoilern, Chat Warte, ich will das selber machen Vielleicht kann ich hier entlang? Vielleicht muss ich hier entlang hochklettern Hier so Nee Nee Boah, wie mache ich das jetzt? Ich renne einfach Aber die Beine Ich bin in den Hubs gegangen Ah, da ist ein Loch Da muss ich hin Wie komme ich hier wieder raus? Ohne, dass er mich jumpt Jetzt vielleicht? Nein, 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 nein Nein, nein Brenn dich an oder so? Er brennt sich an Nein, lass mich bitte Er hat mich Ich wusste nicht, was ich machen soll Ich war unter Zeitdruck Ich war unter motherfucking Zeitdruck Ich denke, Bro hört mich Er hört den Boden quietschen Das heißt, ich hätte einfach durchsprinten können Ich glaube, ich renne einfach Aber wo muss ich hier hin? Ah, das ist ein Hebel Ja, geh doch hin! Du Arschloch! Er ist nicht drüber gegangen Er ist einfach da stehen geblieben Mann Ich wollte den Austricksen zurückgehen Und wieder durchs Loch Und dann das Dings drehen Okay, ich renne einfach jetzt an ihm vorbei Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh 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 Ich muss ihm irgendwie Ich muss mir mehr Zeit verschaffen Geh doch rein Okay Okay Ich sehe erst jetzt seinen Körper Was hat der eigentlich für einen 80 Körper? Ist 30 Zentimeter groß Aber seine Arme Äh 300 Zentimeter Oh Gott Er hat mich gehört Oh Oh Okay, und die erste denn? Nein Ich seheQ Nein 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 Ah Lecker Oh Gott, easy. Okay, we made it. And I don't think you ever feel true, man. Denkt ihr, in dem Spiel gibt es Jumpscares? Tja, wie viele Schuhe. Was ist das hinter mir? Kletter, kletter auf! Bruder, wie soll ich es zu diesem Koffer schaffen? Vielleicht muss ich zu diesem Koffer oder so. Bruder, wie soll ich es darüber schaffen? Also ernst? Oder ist das da auch ein Koffer? Dieses Viereck da. Ich glaube, das ist auch ein Koffer da rechts. Ja, es ist. Okay, jetzt muss ich zu dem da unten kommen. Okay, komm, alles oder nix. Digga, way too easy, Digga. Nein, sterb nicht, Herr Miran, Digga. Ich will nicht wissen, wie das aussieht. yd PRIMESTER Ja, warum soll ich es zu diesem Koffer gehen? Was soll ich es so langsam machen? Kannst du mal... Ich möchte gerne in den dritten Schlag. Kannst du den Knopf drücken? Dankeschön. Tu deine Drecksgriffel von meinem Karton weg! Ah, mein Habibi! Meine zwei Habibis! Nein, meine Habibis! Ist dieser Karton vielleicht im Weg? Ah, ja. Du hast nur eine Diele im Boden. Oder brauche ich den für was anderes? Ist irgendwo ein Knopf? Ey, danke für die Bits, Shinji! Aha, jetzt! Habibis, wie geht's euch? Ist hier links noch ein Habibi? Ne. Ich komme nicht hier hoch? Nein, so. Da oben ist dieser Hussich. Was geht hier hinten? Ne Puppe. Ja, da bitte. Puppe kaputt gemacht. Wie komme ich hier wieder raus? Komme ich da vorne raus? Bestimmt, oder? Ne. Hier irgendwas? Ne. Wo komme ich hier wieder hoch? Ah, hier. Aber der Hussich ist hier. Okay, ich glaube, ich muss diesen Affen benutzen. So, als Ablenkungsmanöver. Es tut mir leid, Affe. Aber ich muss dich opfern. Wie hat er mich jetzt gesehen? Nein! Nein! Ha! Du Opfer, Digga! Nein! Nein! Nein, es tut mir leid, es tut mir Spaß! Oh, Digga! Fuck, ich hatte ihn fast! Okay, langsam. Scheiße, jetzt hat er mich gehört. Okay, jetzt. Leise. Ganz leise. Chill, chill. Du hast nichts gehört. Hörst du nicht den Affen? Geh mal da hin! Okay, jetzt richtig werfen. Kletter, 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 kletter. Schneller! Sehr schön. Boah, wie lang, wie, 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 wie lang sind seine Arme? Geh rein, geh rein, geh rein. Digga, wie lang sind seine Arme, Murdo? Oh. 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 Ah, er geht. Okay, ich merke, auf diesem Teppich mache ich halt keine Geräusche. Oh, geht's. Das ist nicht ein bisschen zu laut? Scheiße, wie soll ich an den Knopf kommen? Ich brauche einen Schuh, glaube ich. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Ich klicke die Tür nicht auf. Ich klicke die Tür nicht auf. Wie macht man das auf? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier hoch? Ah ja. Oh Gott, ich habe ein Buch fallen lassen. Eine Kerze? Zu. Okay. Wo muss ich hin? Hier drüben muss ich hin. Anlauf und gib ihm. Und wieso habe ich Herzlaufen? Hä? Ich brauche wieder so einen Hebel. Kann ich hier hochklettern? Er räumt Bücher an. Kann ich hier durch? Ich weiß nicht, wie ich laufen soll. Ich weiß nicht, ob ich hier hochklettern kann. Nee, kann ich nicht. Kann ich hier hochklettern? Ach, ich kann hier vorbeilaufen, oder? Nee. Aber hier kann ich hoch. Okay, gut. Okay, 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 okay. Hier ist ein Affe auf jeden Fall. Den kann ich benutzen. Ist auch eine Kerze, die zünden mir an schnell. Junge, hier, das war völlig runter. Wie dumm. Okay, wir benutzen den Affen als Tarnung. Wieso wirft ihr den nicht? Die will ihn nicht werfen. Vielleicht brauche ich den noch. Kann ich das runterwerfen? Ablenkungsmanöver. Trick 80. Okay, wir müssen uns beeilen. Keine Zeit für Trick 80. Scheiße, ich hätte den Affen werfen sollen. Ich glaube, das war es für mich. Nee, doch nicht. Hehe, lecker, ja. Außer er kommt jetzt hier rein. Das wäre nicht so nice. Ich habe den Hebel. Aber da ist so eine Musikbox. Ich muss ihn hier reinkommen lassen. Okay, ich lege den Hebel hier hin. Okay, jetzt wird es ernst gleich. Oder ich kann den Fernseher anmachen bestimmt. Ja. Will der nicht reinkommen? Scheiße, ich werde gleich so Geräusche machen. Renn. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Oh, hier kann man die Kerze anzünden. Zünd die schon an. Okay, dann weiter. Bruder, er juckt. Ich kann ja auch rennen. Aber dann kann ich ihm. Ich habe voll vergessen, dass ich sprinten kann. Oh Gott, er kommt. Schnell, wir haben keine Zeit. Lauf. Gut schaukeln, gut schaukeln. Oh Gott, er kommt. Oh Gott, er ist da. Zu. Nein, nein, nein. Okay. Okay. Okay, we made it, Junge, we made it. Ich habe wieder in den Chat geschaut, ja. Immer dasselbe. Ich habe in den Chat geschaut. Ja, stark soll in euch rein, Junge. Ich komme nicht an den Hebel ran. Ich komme da echt nicht ran, ich brauche irgendwas. Ah, das hier. Ah, das hier. Du musst die Tür aufmachen, ist so ein krasser Call. Danke. Habe ich echt nicht gedacht. Schieben. Schnell, bevor das wegrollt. Wo bin ich hier am Ende? Digger, war das laut. Da war meine Seele auch kurz weg. Gebe ich euch. Ach, Mann. Amorok, ich wurde gepackt, ja. Ich wurde einfach gepackt. Wo kam es jetzt her? Hier? Oh Gott, von beiden Seiten. Na, lass mich in Ruhe. Hier ist nix. Lauf, Ratte. Oh nein, er kommt. Oh nein, er ist da. Nein, wie soll ich ihm entkriegen? Ich hoffe, du verlierst deine ekligen Arme, Digga. Boah, voll ein gutes Spot, vor mich hier hoch zu gehen. Boah, ich hoffe, das macht deine Arme jetzt weg, du kleiner Eiri. Oh nein, er hat mich einfach da oben erwischt. Ich muss von da runter springen. Ich glaube, ich muss da gleich runterjumpen, wenn er mich greifen will. Doch, kein guter Spot. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nein, komm nicht hier. Wieso kann dieses scheiß Beteiligende nicht endlich zerbrechen? Wie lange hält es noch? Glaubt ihr, ich muss... Ich muss es kaputt machen, oder so? Ah, ich muss es kaputt machen. Ich muss es kaputt machen. Okay, okay, wenn er versucht, mich hier zu packen, jump ich da hin. Wenn er versucht, mich hier oben zu packen, jump ich da hin. Komm, komm, tipp hoch. Oh, ich Idiot. Ah, der wechselt aber immer Hände ab, der Whistle. Geht es jetzt kaputt, oder nicht? Ich glaube, ich muss es öfter kaputt machen. Oh Gott. Nein, er hat mich ertabt! Scheiße. Scheiße, ich eh, die Digger. Okay, jetzt. Das ist der Run. Okay, das Zeitfenster ist ziemlich klein. Nur kurz. Stopp, 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 stopp. Mach doch! Der kleine Peach, Digger. Was war's mit deinen... Ah, seine Ferne! Seine Hände kribbeln... Krabbeln mich noch so an! Seine Hände haben sich noch bewegt. Wie eklig. Bah! Seine Hände haben sich noch bewegt, Chat. Okay. Ich muss der Pinkeln, Chat. Geh kurz Pipi machen. Pipi-Pause, dann komm ich wieder. Gib mir kurz zwei Minütchen. Pipi-Pause. Pif-Pause. Neu. Hey. Neu. 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 Okay, doch keine Pipi-Pause. Bart ist besetzt. Wir gehen weiter rein. Moin, moin. Was geht alle auf TikTok? Oh, da ist so ein Haken. Was kann der machen? Kann ich mich da festhalten? Ja, Mann. Mann, hält sich doch fest. Ich wollte mich doch gerade festhalten. Boah, ich hab's gerade noch geschafft. Boah, wie cool. Da oben ist irgendein Alien. Okay, warum geht's als nächstes? Oh, ich hab wieder Hunger. Ich hab wieder Hunger. Du bist halb am Hangel. Eine Ratte? Eine Mausefalle? Scheiß, ich brauch Essen. Gibt's denn uns? Oh, doch, eine Ratte ist gerade in der Mausefalle gelaufen, hab ich gehört. Ich erlöse dich von deinem Leid. Wo bist du? Du wirst gegessen, brach. Da wird jetzt gegessen. Komm her, Bratte. Ich ess deinen Arsch. Hm, jetzt geht's mir wieder gut. Hm, lecker. Okay. Anscheinend geht's hier als nächstes lang. Let's go. Kann ich das so umschmeißen? Ja, ja. Stark. Ah, hier bewegt sich was. Mein Kleid soll doch hoch. Ich hör Messer. Bin ich bei einer Dün... Beim Dünnerladen. Abi? Äh, bitane Dönner, Abi? Ist das Helal oder nicht? Oh, ich glaube, er hat mich gehört. Geh mal runter! Was macht er für Geräusche? Big Mac. Big Mac. Bande weg. Habibi, versteck dich! Was macht Big Mac hier? Okay, ich muss von Versteck zu Versteck stecken. Hier ist ein Fischkopf, Mann. Ich hör ihn atmen, Digga, wie er herkommt. Ich bin gefickt. Kletter schnell hier hoch! Der kommt niemals hier hoch, oder? Der ist so dick. Never. Ah, vielleicht muss ich hier rüberjumpen, Mann. Ja, Mann. Ich ärgere ihn ein bisschen, hier. Nein, 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 nein. Okay. Wann müssen wir? Hier drüben? Komm ich hier hoch? Dann kann ich nicht hier einfach hochklettern, ja. Okay, wir gehen höher, wir gehen höher, wir gehen höher. Dieser Koch sieht creepy aus, behindert sogar mal. Okay, worum geht's hier oben? Oh, nächstes Stockwerk, oder was? Da oben ist eine Kerze. So. Super. Und weiter geht's. Hey, Habibis! Wohin geht's hier, wohin geht's hier? Was geht hier? Oh Gott, Big Mac schläft hier, oder so. Ich gehe vielleicht doch zuerst zur anderen Seite. Ich bin... Ich betätige erst den Hebel, ja. Hm, aber worum geht das? Okay, vielleicht schaue ich doch zuerst links. Bro braucht zwei Toiletten. Was bringen die Kerzen? Keine Ahnung, aber irgendwas werden die schon bringen. Wahrscheinlich irgendeine Trophäe, oder so. Das ist Big Mac. Das ist echt Big Mac. Da ist ein Schlüssel. Er hat Licht angemacht. Wohin geht der? Sorry, Big Mac. Ich wollte dich da in dein Zimmer verwüsten, Big Mac. Ich habe reingekrackt. Ich brauche diesen Schlüssel. Wie springe ich denn da hin? So? Oh, ich habe ihn! Schnell, schnell, schnell. Du Idiot, wo wirst du ihn? Aber steht Big Mac jetzt hier im Gang? Wo ist Big Mac? Wo ist Big Mac? Ja, wie geht, wie geht, wie geht, wie geht? Scheiß auf Big Mac, den Wixer. Ist die... Lauf ich überhaupt richtig, Chad, mit dem Schlüssel? Oder war dieser Schlüssel für was anderes gedacht? Oh Gott, ich höre ihn. Ich höre Big Mac. Wohin muss ich laufen? Zur Main-Tür, oder was? Da ist Big Mac. Kann ich hier unten auch vorbeilaufen? Oh Gott, Big Mac sieht mich. Er hat mich nicht gesehen. Ah, du Opfer, Big Mac. Schnell. Schnell, lauf, lauf, halt durch, halt durch. Er kommt, er kommt, er kommt. Ah, hier. Sch, sch, sch. Tu rein, tu rein, tu rein. Er kommt! Geh! Freiheit! Ein Würstchen! Chad, die Tür geht nicht auf! Kommen wir auf YouTube? Ja, ja, das lade ich auf YouTube hoch. Okay, es gibt einmal hier den Weg. Bringt er mich woanders hin? Oh, wie cool! Warum bringt er mich? Okay. Wo bin ich hier? Tiefkühl-Abteilung. Ah, das brauche ich wahrscheinlich irgendwie. Oder so. Komme ich hier hoch? Ja, okay. Ah! Ah, eine Puppe! Mach die kaputt! Okay, aber hier muss ja auch irgendwas sein, oder nicht? Oder ist ja einfach nichts. Ah, doch, hier ist was. Aber wie komme ich da hoch? Hä? Ich komme da nicht hin! Ich komme da nicht hoch! Ich schaff's nicht! Muss ich vielleicht da hin? Muss ich überhaupt da hin? Da ist ja gar nichts. Ah, doch, ist ein Bra! Diese Kiste ist voll klein. Ich schaff's nicht. Du musst auf dieses Fleischdings tun. Aber ich komme da ja auch nicht hin. Aber ich komme da ja auch nicht hin. Ich glaube, ich mache was falsch. Ich dachte am Anfang, ich muss was hier mitmachen. Muss ich wahrscheinlich auch. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo einen Hebel ziehen, oder so. Warte mal. Kann ich nicht hier dran? So schwingen da? Okay, es reicht noch nicht. Seit wann spielt ihr das Spiel? Schon ne Weile. Aber bei dem komme ich ja auch nicht weiter. Hä? Irgendwas verstehe ich gerade nicht, Chad. Was mache ich falsch? Ah, ich muss nicht zwingend in die Richtung. Ich kann auch in eine andere Richtung. Aber das macht ja auch keinen Sinn. In der Ecke? Ach da, ich Idiot. Ich blindfisch. Danke. Hm. Aber es reicht ja nicht. Ist unten ein Hebel? Irgendwo muss doch ein Hebel sein. Ach hier. Oh, wer will Sossis, Chad? Oh, wer will Sossis, Chad? Wer von euch will Sossis? Wer von euch will Würstchen? Super. Und Reiner. Aber konnte ich jetzt meinen einen Bra nicht retten? Musste ich meinen Bra beim Sterben zusehen? Ich hab mich noch voll alleine gelassen. Ich hab mich noch voll alleine gelassen. Ich bin hier nicht. Ich bin weg, ich bin weg. Big Mac, lass mich in Ruhe. Oh nein. Big Mac, das ist nur Käse, Bro. Er steckt ihn in der Hände. Oh Gott, er hat das gehört mit dem Licht. Ich hab's Licht angemacht, er hat's gehört. Schnell weg, bevor Big Mac kommt. Big Mac kommt, er hat den auch zu kurz. Ah! Oh, das ist nur ein Versteck. Ich muss ihn, ich muss ihn nach links lassen. Er muss die Tür aufmachen, wahrscheinlich. Big Mac, mach mal die Tür auf, Bro. Danke, Big Mac. Ja, TikTok, das kommt auf YouTube. Auf YouTube heiße ich Jam der Jam. Check gerne ab. Lass lieber da. Kuss, 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 kuss. Okay, Big Mac, willkommen hinterher. So, was geht bei Big Mac? Okay, ich muss wahrscheinlich hinter Big Mac laufen. Mach deine Arbeit weiter, Big Mac. Hier ist nix. Okay, ich muss da nach links laufen, aber ganz schnell. Okay, sprint, 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 sprint. Das ist ein Knopf. Da ist ein Schlüssel auf dem Tisch. Ich brauche den Schlüssel auf dem Tisch. Ah, deswegen muss ich den Knopf drücken. Ich muss ihn da hinlocken, damit ich den Schlüssel nehmen kann. Jetzt checke ich. Aber er geht wieder von selber hin, das ist gut. Schnell, schnell, schnell. Den Schlüssel, den Schlüssel. Big Mac kommt bei dich. Aber wo muss ich den Schlüssel hinbringen? Muss ich jetzt wieder nach unten? Ja. Leck, Eier, Big Mac. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Big Mac, komm, heil dich. Wer kommt? Oh, die Tür. Oh Gott. Wo muss ich denn? Ich kicke die Tür. Big Mac ist da. Ah, vielleicht muss Big Mac die Tür aufmachen. Ah, Big Mac macht die Tür auf. Ah, mein Name. Aber er hat sich wieder zugemacht. Muss ich in die andere Richtung? Hab ich Big Mac gedribbelt jetzt? Ne, ich muss auch da allein. Big Mac, ich kam. Ist die Tür jetzt offen? Aber die Tür ist ja immer noch zu, Big Mac. Muss ich hier dran springen vielleicht? Ah, ah, fuck. Hau rein, Yazan. Gute Nacht. Tja, und jetzt muss ich hier rein. Oh. Oh. Interesting. Das ist ein Pömpel. Kann ich den nehmen? Ne. Okay, ich kann hochklettern hier auf jeden Fall am Rand. Ich denke, ich muss hier hochklettern. Ja. Stark. Okay, hier sollte Big Mac Abi sein irgendwo. Kann ich hier hoch? Ne. Sehr gutes Spiel, du 80. Okay, bevor ich da hochgehe, ich schaue kurz, ob hier noch was ist. Da ist ein Big Mac am Arbeiten wieder. Da sind zwei Big Macs. Ah, ich kann auch von hier hochklettern. Okay, bevor ich hier hochgehe, ich schaue kurz, ob hier rechts noch was ist. Das ist ein Double Big Macs. Das ist ein Double Big Macs. Das ist gerade meine Frage eigentlich. Oh, er fässt unter den Tisch. Oh, ich kann auch hier lang. Nein. Okay, ich muss hier rechts durch. Pssst. Okay. Scheiße, hier sind Glasscherben. Was macht dieser Hebel? Big Mac, fahr mal zehn Gänge runter, Big Mac. Big Mac hat mich an den Eiern. Oh, ich kann mich an den Eiern. Nein. Wie komme ich da hoch? Ich bin tot. Ich verstecke mich hier, bis der geht. Okay. Okay. Wie auch will er da noch nachschauen. Geh mal hier jetzt. Okay. Ich habe diesen Hebel schon gezogen. Wo muss ich als nächstes hin? Hm. Hier irgendwas? Hm. Chat, ich brauche eure Hilfe kurz. Ich habe diesen Hebel gezogen. Jetzt bin... Ah, nee, wartet. Spoilert mich nicht. Irgendwas hier drüben muss ich machen. Irgendwo hier drüben. Diese Dinger kommen ja von irgendwo. Und hier... Ah, ich muss irgendwo von da ganz links. Irgendwo von hier ganz links. Irgendwo von ganz links kommen diese Dinger. Ich gehe jetzt pern, kriege ich gute Nacht kurz. Gute Nacht, Leon. Ja. Irgendwo von hier drüben. Kann ich hier hochklettern? Ja. Okay, stark. Ja, ja, von hier drüben. Okay, super. Schneller kommt. Big Mac kommt. Okay, vielleicht springe ich zuerst hier drauf. Nein, da ist ne Dings. Ne Kerze, ich will die anzupfen. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Leck eier, Big Mac! Was ist los, äh? Hier kommt er nicht hin, ne? You double Big Macs. Leck mein Eiers. Lach, lach, lach. Oh, kannst du nicht den Hebel benutzen, Big Mac? Danke. Oh nein, Big Mac chillt da. Tschüss, Big Mac. Ich muss rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss rennen. Oh Gott. Das ist der andere Big Mac soch, dass du wegklarst hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alza wie knapp war das gerade Bruder Bruder wie knapp war das gerade Chat Ok Chat jetzt mache ich schnell eine Pinkelpause Ich mache schnell ein Bit, dann bin ich wieder da Was macht denn so Geräusche? Auf Lock von TikTok übergeslidet Löwe 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 Werde bleiben bis Ende Bro ich küsse dein Herz Alter das sind Dings Muss morgen Schule Ja Bin ich frei oder was? Muss ich schwingen oder was muss ich machen? Ich muss hochklettern glaube ich Kann leider nicht bis Ende bleiben, muss ich arbeiten Ja alles easy Bin arbeitslos, muss gar nichts, ist crazy Boah wie Digger wie hochkletter ich Das Spiel geht noch ungefähr 30 Minuten Ah ok Baba 30 Minuten geht es noch Ja das spielen wir safe noch fertig schnell Chat Das spielen wir safe noch fertig Big Macs Familie im Hintergrund Das ist crazy Mir geht es auch gut, danke für die Nachfrage Wie geht es hier? Ok Digga wie viele Big Macs Der eine Big Mac hat doch keinen Hut Mach Speedrun ok Geh doch rein Als ich 4 war habe ich durchgespielt What the fuck Das ist dein Herz 80 Ok wo sind wir hier? Kann ich das wieder aufmachen? Ja Ok Wie komme ich hier rein? Alter Ich sehe nichts Big Macs man Digga was sind das für Geräusche hier Alle Big Macs Ja ja Big Macs Wie geht es euch? Muss ich nach links oder nach oben? Sieht nach oben Das ist diese Frau Zur 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 Hö? Wer macht so so Geräusche? Gott, hier sind alle Big Macs am Essen. Oh fuck, habt ihr mich gesehen? Alter, ihr... Lass mich in Ruhe wegnehmen. Schnell. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Muss ich auf den Tisch drauf? Ja, oder? Sorry, Leute. Ich muss hier kurz an euren Tellern hochklettern. Ja. Nein, bitte, bitte, bitte. Ich hab mich gegessen. Ich hab mich gegessen, Chat. Ich hab mich gegessen. Raid? Raid? Oh, danke für den Raid von... Raid von Finn. Danke für den Raid, Finn. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Du bist dein Herz. Digga, ich wurde geballert, Chat. Danke für den Raid. Was geht an alle neuen Leute? Wir spielen gerade... Äh, Little Nightmares, glaube ich. Heißt das? Gott, Digga, der ist so gruselig. Lass mich in Ruhe. Oh, ich drück' ihm aus Versehen, die falsche Taste. Schnell. Okay, jetzt. Ich liebe dein Content. Ich küsse da auch dein Herz. Boah, ich bin hier entkommen. Du, ja, ich bin hier einfach gerade entkommen. Nein! What the fuck? Ich lebe noch. Wie lebe ich noch? Okay, jetzt schaff' ich's. So. Boah. Ich hab's geschafft. Brauch' ich das Würstchen hier? Ich muss ja an das Würstchen dranspringen. Ja, Mann. Kletter hoch. Nee, muss ich gar nicht. Hä? What the fuck? Sag nicht, ich muss ja den allen vorbeirennen. Doch, muss ich. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah, lass mich in Ruhe Gott, ich bin konzentriert Schon wieder Raid, hä? Wir hatten doch gerade schon einen Raid Noch einen Raid oder was? Ey, danke für noch einen Raid, what the fuck Wer hat geradet? Emra, Emra, danke für noch einen Raid Ich dachte gerade, äh, das war schon der Raid Noch einen Raid, ich küsse dein Herz Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für den Raid Willkommen an alle neuen Leute Sorry, 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 dass ich es verpasst habe Äh What's up, wir spielen gerade Little Nightmares Nur damit ihr Bescheid wisst Danke für noch einen Raid Danke, 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 danke Nein Hallo, Jam, komm von TikTok Ich küsse auf dein Herz, was geht, was geht Ehrenmänner, alle, die von TikTok rüberkommen Küsst eure Herzen Digga, lass die Zwiebel liegen Nein, muss ich schon wieder zu denen Ich muss echt wieder zu denen hoch Oder? Ja, man, fuck Hallo Leute, könnt ihr mich ignorieren? Oh Gott Nein, nein, lass mich, lass mich Oh Gott, die dicke Frau kommt Nein Ich muss nasenputzen Oh Gott, okay, 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 okay Ich habe extra runtergeladen Ich küsse auf dein Herz, Nadine, danke Okay, wie kriege ich diesen dicken Mann jetzt hier weg? Einfach beeilen, einfach beeilen, einfach beeilen Oh Mann, ich wollte über seinen Kopf drüber springen, ich habe es verkackt, glaube ich Ich glaube, ich muss über seinen Kopf springen, ich habe es gerade verkackt Ich mache es nochmal, wartet, wartet, ich schaffe es Kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt Ich gehe durch Ja Oh, da ist eine Puppe Big Macs Oma oder so Oh, oh, nein, es ist Big Mac wieder Oh, die Big Mac Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Atme Big Mac hat mich erwischt Schau mal, das ist nicht fair, ich weiß nicht, wo ich hin soll Sieht Big Mac mich hier Aha Hat Big Mac ausgetribbelt Die Frage, die ich mir jetzt stelle Wo muss ich hin? Halt die Tür zu, ich komme hier gar nicht mehr raus What the fuck? Big Mac hat mich eingesperrt Oder komm, ich muss hier selber aufmachen Ne? Hä? Hä? Kann ich das auf den Spiegel werfen? Digga, ich habe 300 die Kuh einfach Ich glaube, ich gehe falsch, oder? Ne, richtig sogar Bruder, ich habe 3000 die Kuh Ja Gemstein, du sagst es, Digga Das kann doch nicht immer sein, ja Ja, wir spielen Little Nightmares 2 Morgen, Chat Wie viel Uhr spielst du morgen? Ich denke so 18 Uhr oder so, Chat 18 Uhr Für die, die den Teil hier verpasst haben Ich lade ihn direkt morgen auf YouTube hoch Um 14 Uhr Den ganzen Teil Also das ganze Gameplay von dem Spiel Muss ich diesen Hebel betätigen oder an den Aufzug gehen? Deswegen folgt alle rein Kommt rüber auch auf Twitch Auf Twitch heiße ich so hier GemdaGem31 Und checkt auch gerne meinen YouTube-Channel ab Da heiße ich GemdaGem Falls ihr den Teil jetzt verpasst habt Könnt ihr den auf YouTube morgen um 14 Uhr nachholen Oh Baby, ich rette dich Komm da mal weg Mach mal keinen Faxen, Bra Hm, wo müssen wir hin? Müssen wir an ihm hochklettern? Ja, du Hiwan Können wir auf sein Bett drauf? Nee Oh, er steht auf Nee, noch nicht Lass mal gehen, Bra Lass mal hier zurückgehen Kommst du mit? Es geht hier so Ja, mich gefällt Ja, mich gefällt Oh, hier ist eine Kerze Die haben mich so weggemacht Okay, wir rennen 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 Oh Gott, so viele Big Macs Lass mich alle in Ruhe Ich kann gleich nicht mehr rennen Freuheit Boah, Digga Oh mein Gott Alter Oh nein, ich hab wieder Hunger Und fängst du morgen an zu streamen? 18 Uhr Morgen 18 Uhr auf Twitch und auf TikTok Deswegen, checkt gerne ab Deswegen, folgt rein Lass Liebe da Und checkt auch meinen YouTube-Channel ab Falls ihr Streams auch mal verpasst habt Aber auf YouTube sind ganz, 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 ganz viele Videos Mir geht's gar nicht gut Ich brauch was zu essen Habibi Habibi, gib mir das Wüsschen Bitte gib Habibi Du bist so lieb Danke Du bist so lieb Du bist so lieb Tschüss Du bist so lieb Du bist so lieb Du bist so lieb Bistast Dau圍 Du bist so lieb Wieso hat der nicht das Würstchen gegessen? Wieso habe ich den Jungen gegessen? Wieso habe ich mein Habibi gegessen? Wollah, er hat mir sogar diese Würstchen angeboten Oh, da ist diese Frau Wieso ist er? Der hat mir sogar dieses Würstchen angeboten Wollah, voll Eib Er hat nichts getan, der Arme Fressen oder gefressen werden Auf geht's in den magischen Aufzug Eine Filmszene? Doch nicht Sorry Okay, ich brauche einen Schlüssel wieder Irgendwer sinkt hier wieder Wer singt hier, ne? Hey, du singst Der hat mich zum Wissach gemacht Ist das ein Teppich, auf dem ich laufen kann? Dass sie mich nicht hört? Naja Ich muss die irgendwie ablenken Nicht spoilern, Chat Okay, nicht spoilern Ich versuche das selber alles herauszufinden Okay, vielleicht muss ich hier irgendwo hochklettern oder so Kann ich die ganze Wäsche hochklettern? Ne Okay, vielleicht nicht zwingend in dem Raum Die Leute, die spoilern, bekommen meinen Timeout Nur, dass du Bescheid wirst Komme ich hier irgendwie rein? Ich muss da lang Okay, Moment Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken Hm Wenn ich geduckt laufe, hört die mich auch, oder? Ah, die hört mich geduckt nicht Da ist so eine Puppel Die hätte ich gerne Ich will die kaputt machen Hey, Chat Lass Terian in Ruhe Hey, ich weiß, du hast nur versucht zu helfen Jetzt weißt du es ja Deswegen, alles gut Spoiler einfach nicht Dann alles easy Okay, wenn ich diese Vase runterwerfe Dann locke ich die her wahrscheinlich Ah, ein Schlüssel Kommt die nicht her? Hä, die hat es denn nicht mal gehört? Oder? Wo ist die hin? Die ist einfach weg Ich muss kurz Nasenpuppeln Ist einfach gedespawnt Wo ist die hin? Ja, ja Terian hat nur Dings Spielgenossen Deswegen Alles gut Und hier Okay, wir gehen Hä, wieso ist die Frau auf einmal weg? Nur weil ich die Vase kaputt gemacht habe Hilarisch, wie das geht Schnell weg hier Weg, 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 weg Sorry? Digger, ich habe mich behindert Erschrocken gerade Oh mein Gott, Digger Habe ich mich erschrocken Was geht, Jason? Bruder Mein Gott, alter Fuck Wieso geht die Tür so Schnell zu? Nein, bitte renn Nein, bitte renn Ach dies, dieser Schatten Die Frau ist dies Oh Gott, die Frau kommt ja bestimmt wieder Das ist echt lustig mit den Alerts, die du hier kaufst, ne? Ich habe gerade meine Seele verloren, Shinji Okay Good night, Bläonsens Oh, was muss ich hier machen? Ich muss niesen Okay, kurz mal herumschauen Was hier so geht Sorry Sorry Okay, ich muss irgendwas mit Puppen machen Hier sind so zwei, drei Puppen Die sehen ein bisschen aus wie eine Frau Dann muss ich die anzünden oder so Nee Ach, ich muss hier einfach weiter Okay Und lang geht das noch? Nicht mehr lang, Larris Das ist fast zu Ende Was ist das hier für ein Spiegel? Wieso liegt der hier so wertvoll? Irgendwas passiert hier Ah, ich kann die damit umbringen, glaube ich Ich glaube, ich muss das Licht auf sie reflektieren Lack, komm Komm, hör mich, komm Komm, wir fighten, Mädchen Ist das ein Zeichen, wo du spawnst? Boah Nimm das Oh, ich stehe wieder auf Oh, ich bin so schlau, Bro Komm lang, komm Komm doch Mit der Kraft des Spiegels Easy, Junge, easy, easy Ich bin so ein Fuchs, Bruder Sie wird mit ihrer eigenen Hässlichkeit einfach umgebracht, Bruder Gegen Hässlichkeit kommst du nicht an Hässlichkeit ist unbesiegbar Oh, jetzt macht sie einen auf Ich komm von überall, oder was? Denkst du, ich bin so ein Noob? Ja, geil Ich denke, ich kann mich Dings verarschen, Bruder Jam heute war's Boah, vielleicht auch, Larris Aber ich glaube, ich habe niemanden Der mit mir zockt Komm, zeig dich, Larris Oh, sie macht wieder auf cool Sie macht wieder auf krass Sie macht wieder auf krass Ah, der Noob, Digga Die denkt, die kann mich wegmachen, ne? Ist der, heb auf, heb auf Bruder, die hat keine Chance gegen mich Steh auf Den Spiegel wieder auf Habt die weggemacht, Digga Habt die so schlafen geschickt, diese kleinen Achusharmut Oh nein, ich habe Hunger Muss ich sie jetzt essen? Nein, oder? Ich esse jetzt dich Geh ich sie jetzt essen? Ich glaube, ich gehe sie essen Du kannst mir Wieso esse ich die Hexe, Larrn? Habe ich jetzt ihre Krä... Ich bin Thanos Habe ich jetzt ihre Krä... Ich glaube, ich kriege ihre Kräfte Was passiert hier? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist Ich spüren das mit Tastatur Also ich spüren das mit Controller Aha Das bin ich... Ich habe jetzt wirklich Kräfte Ich bin Superman Junge, Big Mac soll kommen Boah, da sind sie... Boah, da sind sie Kommt alle her Kommt alle her, Larrn Kommt alle her Jetzt gibt es nur Rache Mach so Kommt alle her, Larrn Kommt alle her Andere Big Mac Chaya von Andere Tisch Boah, Digga, Aura sein Mutz Ja, Pietro, morgen Ja, Chat, morgen spiele ich Part 2, Chat, morgen um 18 Uhr, Part 1 Kommt um 14 Uhr, morgen Auf YouTube online, auf YouTube weiß ich Jam, der Jam Uh, wo gehe ich jetzt hin? Mach Intro, ja, guter Gold, guter Gold Ich mach noch Intro Boah, wie krass Das Spiel war so krass, Digga Mein Habibi Es tut mir leid, dass ich euch gegessen hab, Jungs Das war nicht ich Das war nicht ich Das war nicht ich Das war nicht ich Boah, was ein Spiel, Chat Halt, hat das Spaß gemacht, Digga Ja, das war nicht she